Huch, weg isse. Aber sie glauben doch nicht, dass sich das, unsere Go-Go-Mutti, ohne ein bisschen Action auf der Bühne, einfach so bieten lässt, oder? Oh, die von diesen drei knackigen Moderatoren geleitet wird. The Other Half, zu deutsch die andere Hälfte. Und ein bisschen anders sind die Jungs auch. Oh ja. Oh yeah, Naturtalente. Tja, mit Talent und Leidenschaft wird jetzt auch eine Liebe zurückerobert. Vielleicht. Na, jetzt haben Sie bestimmt doch Appetit bekommen auf unseren Nachschlag aus der Talk Leckerbissen Küche. Bleiben Sie einfach dran. Hallo und hi, da sind wir wieder zurück mit einem Ehepaar. Sie ist eine Katze, ja, ja, und er ist ein Puzzle. Alles klar? So was gibt's nur in Amerika. Wir wollen Ihnen nochmal ein charmantes Trio in Erinnerung rufen. Und da bleibt mir nur zu sagen, gut, dass der Mann das Sagen im Hause hat. Nö, Jürgen, jetzt sag doch Irmöwett. Immerhin hat er eine zweite Chance, denn Britt hat die alten Kontrahentinnen noch einmal eingeladen. Also, Jürgen, zeig Ihnen, wer die Hosen anhat und hau mal so richtig mit der Faust auf den Tisch. Ja, Jürgen, das Maul nicht aufgekriegt. Dafür aber schönes Schuhstyling. Genau so gesprächig und stylisch ist Darth Vader schwarz, stark und so böse. Darth Vader war ja auch schon in meiner Sendung zu Gast und privat. Rennt er ja am liebsten in Feinstrumpfhosen herum. Die klaut er mir immer heimlich aus der Maske. Er sagt, er fühlt sich dann so frei und losgelöst. Verpasst? Kein Problem. Peps, kannst reinkommen! Morgen um 20.15 Uhr gibt's bei uns auf ProSieben die komplette Geschichte von Darth Vader. Jetzt geht's aber erstmal nicht mit dem Krieg der Sterne, sondern mit dem Kampf der Geschlechter weiter bei Mars oder Venus. Ich sag tschüss, einen schönen Samstagabend. Bye, bye! Ich seh so bescheuert aus! Mäh! Ich hasse euch! Was tut ihr mir an?